Moin, willkommen in Hamburg, am Bahnhof Hamburg-Wandsbek. Dies wird vermutlich das letzte Video von mir sein, in dem ihr den Fußgängerbahn-Übergang an der Straße Schlossgarten in Betrieb sehen könnt. Die DB hat angekündigt, dass er ab Anfang Februar geschlossen bleiben soll. Ab jetzt geht es mit den Baumaßnahmen für die S-Bahn-Linie S4 los, die nach Ahrensburg und Bad Oldesloe führen soll. Dabei wird auch dieser Bahnübergang aufgehoben und durch einen Fußgängertunnel ersetzt. Diese Regionalbahn nach Hasselbrook verlässt Wandsbek auf dem in Fahrtrichtung linken Streckengleis. Das liegt allerdings nicht am Bau der S4, sondern an den Baumaßnahmen im Bereich Berliner Tor. Zwischen Hasselbrook und Hauptbahnhof werden einige Regionalbahnen durch Busse ersetzt, damit weniger Züge die Strecke am Berliner Tor befahren. Hinter dem Wartehäuschen seht ihr, dass neben der Strecke Büsche und Sträucher gerodet wurden, um Platz für die Verbreiterung von zwei auf vier Gleise zu schaffen. Auch hier entlang der Straße Seidekreie wurden Büsche und Sträucher gerodet. Die Strecke soll viergleisig ausgebaut werden. Zwei Gleise für die S-Bahn, zwei Gleise für die Regionalexpresszüge, den Fern- und den Güterverkehr. Im Wandsbeker Gehölz werden etwa ein Dutzend Bäume gefällt, um Platz für die Baustelleneinrichtung zu gewinnen. Eine Bürgerinitiative protestiert mit Plakaten dagegen. Hier überquert die Bahnstrecke den Gehölzgraben. Hier überquert die Bahnstrecke den Gehölzgraben. Etwas weiter in Richtung Lübeck liegt die Eisenbahnbrücke über die Bove-Straße. Auch diese Überführung muss verbreitert werden. Die Bahnstrecke den Gehölzgraben Die Bahnstrecke den Gehölzgraben Auf der anderen Seite der Bahn, im Verlauf der Straße Bahngärten, werden dagegen Rohrleitungen verlegt. Dieser Tunnel bildet den Bahnsteigzugang im Bahnhof Hamburg-Wandsbeek. Der Bahnhof soll geschlossen werden. Stattdessen sollen zwei neue Haltestellen in Höhe Bove-Straße und Claudius-Straße entstehen. An diesem letzten Wochenende im Januar hatte es geschneit. Hier noch ein paar Winteransichten des Zustands vor dem Umbau, zuerst vom alten Güterbahnhof Wandsbeek. Die Bahnstrecke den Gehölzgraben Die Bahnstrecke den Gehölzgraben Den Eichelstrecke den Gehölzgraben Auch hier, am Bahnübergang Jenfelder Straße, sollen später vier Gleise liegen. Hier seht ihr den Zustand vom Januar 2021 kurz vor dem Haltepunkt Tonndorf, aus Richtung Wandsbek, also von Westen aus gesehen. Dort, wo die Krähe den Schnee durchsucht, ist Platz genug, um Gleise zu verlegen. Die Krähe den Schnee durchsucht, ist Platz genug, um Gleise zu verlegen. An dieser Stelle müssen weitere Brücken über die Tonndorfer Hauptstraße gebaut werden. Und damit sag ich für heute Tschüß – und bis zum nächsten Mal! Schöne Schöne